Nachdem wir gesehen haben, wie das Klima sich verändert, haben wir entschieden zusammenzukommen als Schüler der Schule Mengo Senior in Uganda und der LIC-Docent Spirituelle in Burundi, damit wir sehen, wie wir die Zoom für Schützen können, und wir haben entschieden, dass wir Natua Uganda besuchen. Mein Name ist Achilles Biaruhanga. Ich arbeite hier als Executive Director für Natua Uganda. Natua Uganda ist eine soziale Organisation, oft called Not-for-Profit Organisation, das funktioniert über Natur, Conservation und Entwicklung. Wir protecten Species, wir protecten Habitats und wir protecten Critical Sites für Conservation. Wir haben drei Main Pillars, die wir mit arbeiten. Der erste ist Science und Research. Der zweite ist Public Awareness und Bildung. Und der dritte ist die Konservation von den Critical Elementen unserer Natur. Aber da ist eine andere Elemente, die wir haben gemacht. Wir arbeiten mit den Gemeinden als Kastodienz der Natur. Sie sind die Menschen, die Menschen zu protecten Natur. Sie können nicht die Menschen aus der Natur nehmen. Sie sind ein Teil davon. Sie sind ein Teil und Teil von der Arbeit, die wir tun, zu protecten Natur. So, wir haben entwickelt, was wir called Site Support Groups. Site Support Groups. Site Support Groups. Das sind die Gemeinden, die zusammenkommen, die zusammenarbeiten, dass sie eine bestimmte Species, oder bestimmte Sites, oder bestimmte Habitats. Indeed, wenn Sie besitzen Mabamba, tomorrow, Sie werden Sie mit einer dieser Site Support Groups. So, Mabamba Swamp. So, Mabamba Swamp. So, Mabamba Swamp. So, this swamp is located in Wakiso District. So, Mkasa Anje Town Council in a village called Ziva. The historical background of Maramba, is after that we have a certain fish that is called a long fish, of which in our local language is called Mamba. Then, we had to inherit that name, Mamba to Maramba. So, Mamba Swamp. Arten der Fische und Vegetation gelernt, wie zum Beispiel Mütfisch, Langfisch, Nailpertsch, Tilapia, Silberfisch, Zerosen, Farne und Apirros. So, Nature Uganda has encouraged us to form so many organizations that can enable us to sustain our living. In that, it enabled us to form one organization like Mavamba Wheatland Ecotourism Association. Many people around the community are benefiting out of the swamp in the way that there is tourism, of which tourism has enabled us with the tour guides, the boat riders to earn a living within their homes. We educated the importance of nature and people are earning out of that. We form organizations like Mavamba Wheatland Ecotourism Association. And there is also for making eats and plantations. Mushroom plantations, tree plantations like so. And my choice is for crafts, whereby local members can construct their crafts and they can be sold to the clients. Manyakangin, Zeros, Differences. Manyakangin, Zeros, Differences. Differences. My parents will build specialists in that uh our garden. On the other day they will continue 광ia and Mauna, we are creating grats, kicks back and getting rid of Diopubus association. They are striving for us in the past to come places and work at Warwick. Where we can inundate them to 정말 rapid, they must support their best to live in the가요. Wird es nun die Belein, die Leute aus der Brille haben, die Leute unter der Brille gehen, die Leute, die Leute aus der Brille gehen, die Leute aus der Brille gehen. wie die Abitur hatten wir geöffnet. Geltet wurde geöffnet, bei der seine Abitur und auch die Bedingungen. Dann gab es hier einunaisch Art, alle hier die Abitur. Die Abitur kommen zur Abitur, aber die Abitur und nachzudenken die Abitur, der sich so vom virtues und Wir sehen uns, dass wir den Antwerp und denen die Rechtsstaatel haben. Die Nachdenke haben wir fast alle. Wir sehen uns, dass wir alle Pfektionen, dass wir in der Antwort werden, und wir sehen uns in der Welt. Ich habe mich für die die Menschen in Uganda gesucht, die Menschen in der Nähe und die Leute zu sehen, die Menschen in der Nähe und die Menschen in die Nähe. Nach unseren Forschungen sind wir zu jedem Schluss gekommen, dass der Schutz der Sumpfgebiete wichtiger ist, auch sie aus kommerziellen Gründe zu zerstören. Es ist die Pflicht von allem der Sumpfgebiete für eine bessere Zukunft zu schützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017